Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dismantle. Wir sind zurück, wir haben in der letzten Folge es tatsächlich, zumindest den Blueprint bereits bekommen, dass wir tatsächlich in der Lage sind ein Gewehr zu bauen und wir können Wassertürme abbauen. Das ist... Ja, Stahl und Holz. Okay, wir bauen Wassertürme auf jeden Fall ab. Zusätzlich sind natürlich noch ganz viel anderes Zeug. Wir sind in einem Wüstengebiet gelandet, wo es tatsächlich auch Kakteen gibt, die werden wir natürlich jetzt auch erstmal abbauen. Und es gibt hier auch Geier, ich habe keine Ahnung, ob die tatsächlich uns angreifen würden. Weil er fliegt schon... Ich glaube, es ist ein NPC, glaube ich, tatsächlich, der Geier. Und nicht einfach nur ein grafischer Effekt, weil der hat auch Schattenhallen drum und dran. Ich glaube, die könnten wir tatsächlich... Die werden wahrscheinlich später irgendwie mit dem Gewehr runterschießen müssen oder sowas. Können wir mir vorstellen. Mal gucken. Ja, wir werden jetzt erstmal Bäume fällen. Wir werden versuchen, Stahl zu kriegen, vor allem auch, denn wir brauchen dann Stahl wieder. Ich glaube, es war Stahl für die Waffe. Und natürlich erstmal Kakteen, damit wir uns die Rüstung craften können, damit wir... Was ist hier? Achso, Knochen. Da auch wieder. Damit wir da dementsprechend... Weiterkommen. Narrenschlucht. Na, da bin ich richtig. So, Werkbänke, beziehungsweise nicht Werkbänke, die normalen Bänke gaben leider keinen Stahl. Aber vielleicht finden wir hier mehr... Vermehrt Wassertürme wäre ganz gut. So, komm mal her. Wer hier? Sind alles nur die Normalen. Tö, 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 tö. Ah, da ist ein Dings drin, aber gut, der sieht uns nicht. Können wir mittlerweile eigentlich... Ne, können wir nicht. Wäre ganz cool gewesen. Aber wir können jetzt zumindest schon mal die Wassertürme... Und wir haben natürlich das Katana auch bekommen. In den letzten Folgen. Das ist auch gar nicht schlecht, aber... Da geht noch was. Ach, guck mal, ein Kohleautomat. Da ist ein Dicker drin. Das lohnt sich leider erst, wenn wir beim Funkturm waren. Äh, ich würde ganz kurz mal sagen... Wir gucken mal ganz kurz, was das Zeug kostet. Und dann werden wir das herstellen. Bin übrigens, kleinere Informationen für euch mal wieder. Ich bin bei Lost Ark gerade angemeldet. Ich versuche da natürlich auch ein Let's Play draus zu machen. Äh, Platz 9600. Also, das wird locker zwei Folgen, bis ich da reinkomme. Mal gucken. Und dann werde ich wieder Ark, äh, Lost Ark aufnehmen. Ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen, dieses Let's Play zu gucken. Wenn euch das ansatzweise interessiert. Ist ein MMORPG. Massive Multiplayer All-Ride Low-Play Game. Yay. So, fünf Kakteen fehlen noch. Ähm, dann haben wir das Jagdgewehr. Dazu fehlt uns dreimal Stahl. Okay, dreimal Stahl, fünf Kakteen. Dreimal Stahl, fünf Kakteen. Äh, übrigens die Zombies sind jetzt wieder respawnen, natürlich. So, fünfmal Kaktus. Das Kaktus. Das Funkmast, ja. Und dreimal Stahl, dann haben wir die Funkmast auseinander. So, dreimal Stahl, zweimal Stahl noch. Kakteen haben wir zwei, drei, vier und fünf. Im Moment haben wir noch kein Hitzeproblem, aber ich glaube, das kommt halt nicht weiter, weil wir da uns dementsprechend dann vorwagen. Ah, da zählen. Man sieht übrigens auf dem Minimap, der Geier ist tatsächlich auch als Punkt hier unten markiert. Das heißt, er ist tatsächlich ein Gegner, mit dem wir es dann wahrscheinlich noch irgendwie zu tun bekommen. Mal gucken. So, da ist noch ein Funkmast. Das ist dann schon mal Stahl Nummer zwei. Und dann brauchen wir noch eins. Und das Gewehr würde ich tatsächlich gerne craften. Es hat allerdings, der Nachteil, es hat vier Schuss. Das heißt, wie lange wir davon Gebrauch machen können, ist wiederum eine andere Sache. Unsere Einer sollte einen Konvoi-Geleitschutz geben, der eine wichtige Fracht durch Pimmerville transportieren soll. Das Problem bei der Sache ist nur, dass der Konvoi schon einen halben Tag überfällig ist. Ich habe gerade die Bestätigung bekommen, dass er auch nicht am Kontrollpunkt C angekommen ist. Wir haben nicht die Ausrüstung, um uns in der Wüste zu wagen und nach ihm zu suchen. Wir müssen wohl einfach abwarten. Okay, das sind wir, oder? Also das heißt, wir müssen da runter, links. Ah, guck mal, wir kriegen eine Quest. Erreiche den Kontrollpunkt in der Sengwüste und schaue dort nach Hinweisen. 23.000 Erfahrungsboote. Kriegen wir das markiert? Oh, guck mal, wir kriegen das sogar markiert. Okay. Auwei, Konvoi. Okay, da oben wäre Stoff unter anderem. Wir bräuchten noch einmal einen Funkmast. Da ist einer. Und dann können wir das Gewehr craften. Zusätzlich müssen wir natürlich dann auch zum Verbindungsturm. Aber ich glaube, dass das auch wieder, also die Verbindungsturme sind ja mittlerweile recht schwer zu erreichen tatsächlich. Bedeutet, da müssen wir mal gucken, wie wir da überhaupt hinkommen. Ich glaube, da wird uns wieder irgendwas halt den Weg versperren. Ist ja mittlerweile so. Aber jetzt machen wir erstmal hier Crafting, Crafting. Ich hätte gerne Wumme. Schön, dass hier tatsächlich sogar auch noch Knallen gibt. Also wir haben ein Bausystem, wir haben Knallen. Schon, äh, joa, nett. So. Anwendung 4. Jagdgewehr. Halbautomatische Schusswaffe, hauptsächlich für die Jagd. Die Anzahl der Verwendung wird am Lagerfeuer wieder aufgefüllt. So, und Safari-Dress. Plus Vorhärterse, plus 15 Grad. Okay. So, Ausrüstung verbessern. Jagdgewehr. Oh ja, Eisen, Keramik, kein Thema. 5 Anwendungen. Holz und Gummi, auch kein Ding. 6 Anwendungen, besser. 7 Anwendungen. Holz und Elektroschort. Oh, Bauholz. Okay, Stahl, 10. Und dann sind wir schon bei 8 Anwendungen. Okay, das lohnt sich tatsächlich. Und wir haben einen Schaden von 111 tatsächlich. Ich glaube allerdings nicht, dass wir auf Dinge schießen können. Mal gucken. So, das bedeutet, Jagdgewehr. Ich habe jetzt aber, ja gut, wird wieder aufgefüllt. Oder es steht als Werkzeug tatsächlich auch. Ähm, dann brauchen wir, das brauchen wir nicht. Wir brauchen das Safari-Gedönsel. Yay, wir zeigen Wein. Clickbait. So. Okay, und wie geht das jetzt? Heiß ich... Das... Ah! Achso, ah! Okay. Äh... Ah! Okay. Ich muss selber zielen. Cool. Okay, das bringt, glaube ich, gerade beim... Kossen halt was. Aber sonst... Es macht kein... Ich glaube, es macht keinerlei Umgebungsschaden. Kann das sein? Ähm... Ja, wir schießen... Okay, wir schießen einfach drüber. Au, und das Nachladen dauert recht lange. Kartana! Komm her. Oh, okay, wir brauchen mit Kartana zwei Schläge. Das ist natürlich auch ungünstig. Okay, das bedeutet... Ähm... Gut, wir werden jetzt erstmal auffüllen. Schnell bitte die Munition. Das war jetzt mal zum Testen. Pff... Ganz ehrlich, ich müsste jetzt... Boah, muss ich berührt. Die Frage ist... Ganz ehrlich, das haut jetzt nicht so krass rein, dass sich das lohnen würde. Vor allem, weil die Nachladezeit recht sportlich ist. Ich würde mal... Also, hier brauchen wir zwei Schläge für. Das ist deutlich besser, wie mit dem Gewehr. Von dem her... Und auch hier, wenn wir uns hinter den Gegner stellen, fahren wir deutlich besser, wie wenn wir jetzt hier anfangen... Wir gehen erstmal zum Verbindungsturm. Wie wenn wir jetzt hier anfangen, mit dem Gewehr rumzuballern in der Stadt. Ah, guck mal, hier One-Hit sogar. Bei dem dicken. Oder bei dem größeren Gegner. So, wir sollten jetzt Richtung Verbindungsturm kommen eigentlich. Also, wir haben jetzt zumindest... Ah, ah ja. Ähm... Mal schauen. So, das hier nehmen wir mit. Ich hätte mir nach wie vor gerne eine Universalwaffe. Es ist zwar nett, dass wir mittlerweile sehr viel zerlegen können und so weiter und so fort, aber eine Universalwaffe wäre cool. Wo wir nicht dauernd wechseln müssten zwischen Schnittschaden und Hiebschaden. Oder Schlagschaden heißt es, glaube ich ja. Ah, machen wir mal gucken. Wie viele Geier? Kann ich die... Wieso kann ich denn auf einen Geier zielen? Treffe ich den, wenn ich... Was soll denn das denn? Okay. Nee. Ich kann... Also, ich kann ja nicht nach... Okay. Die Frage ist, wie du die Geierrunde holst. Also, ich kann halt nicht nach oben schießen. Also, das geht halt nicht. Ich wüsste jetzt zumindest nicht wie. Aber ich kann auch mal nachher nochmal in die Steuer reingucken. Eigentlich müsste das ja irgendwo ja auch beschrieben stehen. Denke ich mal. So. Hallöchen. So, da gehen wir mal aus rum. Die respawnen halt sowieso alle. Guck mal, selbst da nur ein One-Hit. Okay. Das Ding ist irgendwo da oben drauf. Kann das sein? Die kleinen Zombies sind kein Thema. Ah, nee. Okay. Nee, wir sind tatsächlich, glaube ich, richtig. Die Frage ist, kommen wir da ran oder kommen wir da nicht ran? Diamantenmine. Guck mal, hier ist schon mal ein Lagerfeuer. Und ich glaube, hier kriegen wir wieder ein bisschen Stahl. Wir brauchen mehr Material. Stahl. Wir brauchen vor allem Stahl. Ähm. Ja gut, da kriegen wir zumindest Stahl. Also nicht da, aber da. Aber leider auch nicht so viel. Und das gibt, glaube ich, nur Eisen. Ich glaube, das gibt immer Eisenbahnen. Doch, Eisenbahnen. Immerhin. Ähm. Können wir so eine Bohre zerlegen? Nope. Da ist eine Verbesserungsstation. Oh, guck mal. Wir kommen tatsächlich an den Funkturm einfach so an. Ich hätte mit schweren... Also die letzten Funkturme musste ich reparieren. Musste irgendwelche anderen Blödsinn machen. Das war jetzt einfach tatsächlich. Das war jetzt okay. Da haben wir in letzter Zeit viel mehr Blödsinn treiben müssen. Neues Gebiet. Seng-Wüste. Danach kommt aber schon wieder Waldklop. Ist das die einzigste Wüste? Hier wird nochmal Wüste sein, oder? Können die mir vorstellen. So, Sender. Tödliche Frequenz. Erstellen. Manapern. Sehr hübsch. So, den Rest lassen wir erstmal so, wie es ist. Ähm. Das hier. Nee, kann man nach wie vor nicht zerlegen. Leider. Also wir bräuchten eine bessere, bessere, äh... Haust. Äh. Jetzt wird's haarig. Ja, das macht keinen Sinn. So, jetzt müssen wir erstmal hier. Ah, schön. Zwei Tickets. Jetzt wird's interessant. Ähm. Ja, sehr schön. Einmal alles rausgefeuert, was irgendwie nur ging. Hat sich aber gelohnt. So, das Ding hier können wir noch zerruppen. Gibt aber alles nur Eisen. Wir brauchen... Eigentlich bräuchten wir Stahl. Kistchen. Ganz viele. Gute Quest. Sehr schön. Und eine Chucho Eisenbahn. Äh. Eine imposante Lokomotive steht neben dir. Bei genauer Betrachtung scheint ihr ein paar wichtige mechanische Teile, wie hätte es gedacht, fehlen. Und sie nicht, äh... Und sie ist nicht fahrbereit. Eine darin befestigte Notiz erwähnt eine verschollene Ersatzteillieferung und ein, äh... Ortsnamen Solaris. Vielleicht solltest du da mal nachsehen. 22.000? Können wir dann... Achso, finde das da... Okay. Ich habe nicht die nötige... Jaja, gut. Ich muss das finden. Ja, kein Thema. Also kriegen wir schon irgendwie... Irgendwie kriegen wir das gebacken, glaube ich. Das schaffen wir schon. So, wir hätten hier... Äh... Äh... Hölz. Ich und mein Hölz. Hölzi, Hölzi, Hölzi. Hölz. So, der Vorteil ist übrigens, dass die Gegner halt hier jetzt nicht mehr... Also die respawnen nicht mehr. Deswegen, das ist schon mal ganz nett. Aber... Wir haben noch einige Gegner vor uns. Aber hier ist nichts, was... Äh... Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ich hier nichts habe, was Stahlwitz bringen würde. Also direkt Stahl. Aber wir können hier viel Zeug auseinanderruppen. Was zumindest ansatzweise irgendwie was bringen könnte. So. Äh... Ich muss euch leider tatsächlich für die Folge schon verlassen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das wird eine sehr kurze Folge. Es klingelt leider. Sorry. Ciao, ciao. Gut ci, dir의 serious schäu Bueno. Tschau. Untertitelung des ZDF, 2020